WDR 2 Blaschi und Lauti Guten Morgen, Lauti. Die Impfwoche muss schwungvoller werden. Mit Musik. 2, 3, 4. Impf. O-Impf. Kommt da noch mehr Text? Nein, das Lied hat der Scholzi geschrieben. Wir müssen die Menschen inhaltlich überzeugen. Es geht ja ums Impfen und nicht um die Bundestagswahl. Richtig, und wir erreichen die Impfzögerer nur mit Gefühl. Impfmädchen, there's no Abstand. Joko, Lauti, öffne mal die Gardinen. Es gibt wieder Normalität. Impfmädchen, all the peaks. Nee, Laschi, was wir brauchen, sind niederschwellige Impfangebote. Ach so, überall und jederzeit. Auch um 3 Uhr nachts. Kriegst du in den Oberarm deine Impfung. WDR 2